ein bisschen black hole hier, ne leute, gucken wir mal rein, hier das schmutzige ding ist vorher noch die mühe da so schön am aufbauen und so und dann sowieso abfahrt meine sieben mal im jackpot und man macht nix warum soll das ausgerechnet 8 mal sein wir können doch mal so fünf minuten so ein lauf hier bisschen bezahlen mal hochgehen und so nicht direkt wieder die schwarze kimmel zeigen hier, wenn ich die schwarze kimmel sehen will dann kann ich mal den kalski angucken alten schmutzbanause oh sie ist nicht eine erdbeere, das ist ein witz guck dir das an alter so ist das drecksspiel leute bleibt auf jeden fall am arsch zu hause, lasst euch nicht triggern hier von irgendeiner scheiße, hier gibt es nix zu triggern wenn ihr irgendetwas wäre, dann könnt ihr euch verstehen, so dass man sagt, ey man, ich fühl mich getriggert oder ja, wenn ich jetzt hier jeden tag 1000 euro gewinnen würde, ok, dann schicke ich euch alle in die spiele, alle geht zocken und macht euer geld, aber ihr seht doch jeden tag was los ist da bist du einmal ein stückchen am aufbauen, dann kommt der kimmenkratzer da rein, dann war das man verpasst nichts gar nix da hat einer von zig hundert leuten mal ein ausrutscher heute, gewinnt mal ein tausender, die anderen fühlen sich dann davon direkt angespritzt das ist ja typisch, du kommst irgendwo in eine halle, da kennt dich jeder, boah alter, da hat eben einer oder gestern einer dies, das, jenes, was weiß ich und du wirst dann dadurch heiß, weil du sagst so, boah alter, ich hab gestern, vorgestern dies, das hat so viel reingeschmissen und da ist der Kuckuck was, ne aber im Endeffekt, Leute lasst euch die Birne nicht rasieren mit so ner Scheiße, man lasst euch davon nicht beeinflussen dann kackt man in die Fange, ne das muss man sagen, da deswegen, Leute, geht nicht ne, wofür sollen die Leute zocken, man, wir haben jetzt Weihnachten, ne, dauert nicht mehr lange deswegen verzockt eure Kohle nicht, ey das ist das je nachher, da steht, und seid am jammern da irgendwie mit Familie, oder Frau, Kind, was weiß ich, irgendwas das ist ja noch der harmlose Käse, weißt du, das sind ja noch Pfennigsartikel, Mann, aber hier, so Geschenke und sowas, weißt du komm, werf das Drecksloch, Mann, damit du deine Ruhe hast, hier, ey, meine Fresse, das ist ja nicht normal, meine Fresse da bist du ja im Abschaukeln da wachtest du immer in der Mitte, wachtest du 500 Wochen, da brauchst du ein Stückchen höher kommst und dann kriegst du den Tornado da in der Mitte 2,70 Euro, jawoll jetzt kommt wieder der lecker ja, weißt du, wenn er wenigstens öfter so diese Pflaumen oder äh, Sterne und so einen Scheiß mal bezahlen würde, weißt du, dann sag ich ja nix man kann ja nicht bei jedem Dreher immer durchgehen, so in der Mitte, das wäre ja zu schön, aber ja naja, das dauert zu lange ja, und immer noch 20er drauf, genauso wie eben, ekelhaft hier kriegst du so einen langweiligen Rotz da tch, nicht mal vier auf Gnade Gnadenfutter hier ja, ist die hohe Schrecke schon wieder da, ey, das gibt es nicht, ey nichts passiert, ey guck dir den Dreck mal an da nix jetzt na, jetzt kommt der Ayopei wieder ja immer schön in der Mitte durch, ich kann ausatmen weißt du nicht ja meine Meinung, da hätte ich schon, dann hätte er dicker so Erdbeeren aufgebaut, so zwei Reihen oder so ja ja ja, ist ja noch relativ früh, ne komm, gewinns paar Mal die Pflaumen oder die Sterne, meine Fresse, da sind wir Leute, wenn ihr das sehen wollt ja klar wollt ihr das sehen frage ich überhaupt so blöd zwei Euro vier Euro ja, das meine ich jetzt, weißt du, über die Glocke, Mandarine oder Pflaume und Sterne einfach nur ein bisschen ja, einfach nur ein bisschen aufbauen, guck dir die Bilder an ja, guck mal, jetzt hast du die drei Erdbänder das wäre ja vorher gekommen halt, hätte hier bestialisch geknallt oh, schön das ist endlich mal eine schöne Bezahlung ein bisschen Spielgeld wir können wenigstens mal ein bisschen mit hantieren ja ja, liebe Abonnenten, ihr sagt jetzt wahrscheinlich Manni, drückt doch 52 äh, 480 oder nicht aber ich hab jetzt gar keinen Bock mich zu bewegen ne, ich hab keinen Bock mich zu bewegen scheiß drauf, ey, 50 Cent das ist nicht so doof das ist gut so meine ich das ja, weißt du ein bisschen spielen so klar kommt jetzt gleich Doktor Kraxel rein, aber Hauptsache, der bezahlt da ein bisschen gleich gleich kannst du einen Schlauch schlucken der wird ganz, ganz tief im Köter gesteckt ja, der hat schon länger nach dem jetzt hier, ne ja, ja ja, ja Aua, Junge 7,50 Junge endlich mal ne Packung kippen wir ja nicht nur ne Fünfer da krieg ich keine Packung mehr für komm, sei mal vernünftig jetzt mach mal ein Bildschirm voll hier jetzt so ne Erdbeerwoche, ne ja komm, jeder hat mal seine Tage musst du das auch mal haben, ey mach mal Erdbeerwoche, ja oder die 7 das sieht komisch aus, ne ja, aber das ist jetzt gleich so ein Ding dann steht der da oben und dann Buch weißt du guck mal das sind aufbauen Krisensitzungen ja, das ist wie im Weltraum, ey ja, sonst, ich krieg die Musik ja sonst gar nicht mit weil ich ja immer direkt wegdrücke, weißt du guck mal, so ein Kack, da hätte ich Scheiße, äh Dings Glocke da reingetan einen runter ja, wenn er, guck mal jetzt einmal so steht ne, dann, klar, ärgerst du dich dann, wenn er kaputt geht, weißt du ja, wenn er jetzt mal reinfliegen würde, ne wäre natürlich nicht schlecht oh, ja das ist auch gut Entweder ein paar Euro, 17,50 zweimal Kachte im Normalfall aber mach keine Scheiße, Junge ja, lass mich doch ein bisschen atmen, Mann auch ganz relaxed ja, bisher hat er ja schon 100 Euro bezahlt ja, doch kannst ja nicht meckern das ist ekelhaft wenn du einmal da oben bist und dann kriegst du die Gurke serviert aber brauchst du die Mitte auch zu essen und dann zog er noch nach rechts tja, ja Leute, lasst mal einmal so laufen und dann mal den Padmauch stoppen erhöhe ich mal hier ein bisschen und schau mal im nächsten Video, was dann da abgeht vergesst auf jeden Fall das Abonnieren nicht Liken, Kommentieren, Glocke aktivieren ganze Käse kostet nichts kommen ein Durchlauf noch und ja seid immer hier dann am Start wenn neue Videos kommen kommen ja sowieso regelmäßig deswegen macht die Glocke an vom Feinsten da ja für jede schmutzige Benachrichtigung komm Jörg, mach ihn zeig was an oder hier schwimmen guck dir das an ey drickige Erdbeeren ey ne ja Leute Schwimmkurs hier bei Black Coal haut rein bis im nächsten Part ne